In unserer heutigen Folge in Minecraft wollen wir uns wieder mit Banners beschäftigen und zwar haben wir noch nicht erklärt, wie man Zahlen auf Banners sich craftet. Dafür nehmen wir natürlich wieder als Hilfe den Webstuhl, der in Minecraft natürlich wie gemacht ist, um Banner zu beschriften. Aber reichen uns Zahlen? Nein, wir wollen auch noch die Bonuszeichen haben. Das heißt Plus, Minus, Mal, Durch und auch Gleichzeichen kommt heute in der Folge ran. Schau unten auf der Timeline, da habe ich dir alles einzeln aufgelistet, sodass du zu jeder Zahl oder zu jedem Zeichen sofort hinskippen kannst. Mir ist noch aufgefallen, im Jahr 23, wo wir jetzt sind, schauen 90% der Zuschauer ohne ein Abo. Das wollen wir doch heute noch ändern, also klick auf den Abo-Button und ändere das, denn 90% ist ganz schön viel. Aber ansonsten wünsche ich dir viel Spaß, ich mache ein bisschen Musik an für dich, lehne dich zurück und schaue dir an, wie man Zahlen auf Banners craftet. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.